Und zwar mit einer nicht verzorgen Erregung, nur in Schutmilchbaden. Das Erre drein und fein geschmeich und weich, wieder so schön käsebleich. Das Erre lebt, dass ich quatsche vom Kübel, da wird mir vor mir richtig übeln. Der Kübel steht vor mir und schreit ganz laut, bitte nicht schon wieder in mein Kübel, kipp wieder. Das tut mir jetzt aber leid, das war nicht so leid, wie es ein Korker muss sich freut. Der Kübel steht jetzt noch mehr, wie ein kleiner Sau, wer. Die Sende formuliert's, wir sitzen beide zusammen in der Wanne und rennen vor dieser Panne. Wir seien uns einig, keiner darf das hier erfahren. Das Sonntag nur so zahm, dichter Schmarrn, so zahm, dichter Schmarrn. So seien wir jetzt zwei wasche, echte Kübel, Brüder. Hallo, hau, hau, hau. So, hau, hau, hau. So, ich bin René. Es ist mir eine große Freude, den do begabten Musikern hier spielen zu dürfen. Schade, dass es die letzte Veranstaltung hier ist. Aber es gibt ja in Berlin sehr, sehr viele andere Open Stages. Also wer von diesem Virus auch gepackt ist, wie ich, einfach mal nach Open Stages Berlin googeln. Jo, das erste Stück ist halt so eine Echüde oder wie E. O. Bauer, die erste Echüde. Musik 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 Das zweite Stück das ich spielen möchte, ist, ähm, das ist so ein eigenes Stück, ist mir zugeflogen an verschiedenen Orten dieses wunderschönen Planeten. Ich habe noch keinen Titel. 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 Ich schaue auf die Pferde, schaue für ein Pferd, für ein guter Mann. Ich schaue die Kinder, schaue mit der Pferde, mit der Pferde, mit der Pferde, mit der Pferde, wie der Meer. Guck doch mal das Zeichenchen, werft ihn über irgendwas raus, sucht sich eine Haselnuss, eine schöne Haselnuss. 담 ale, ade, ade, adem ale, adem ale, adem ale, adem ale, Arim, 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 Arim. Arim, Arim, Arim. Arim, 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 Arim. Arim, 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 Arim. Arim, 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 Arim. in meiner ersten WG und da hatte meine Mitbewohnerin irgendwie so eine Westengitarre und ich war irgendwie gleich total angefitzt. Aber das Problem irgendwie bei der Westengitarre ist halt, wenn man anfängt, es ist halt sehr schwierig irgendwie die Saiten zu drücken. Und ich hatte das Glück und schräg unter uns wohnte eine Freundin von der WG irgendwie und die hatte dann auch eine eine Gitarre und die hat sie mir dann freundlicherweise ausgedient. Und dann gab es halt so ein Peter Bursch, von Peter Bursch schon so ein Lied und da waren die ganzen 70er, 60er Jahre Lieder, Bob Dylan, Donovan und sowas alles drin. Und auch dieses Lied, was ich jetzt spielen werde, wie heißt es noch gleich, von Uriah Heep, naja ihr werdet es schon hören. Musik 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 Wasn'n Ähm, deswegen meinen kleinen Textpanzer. Äh, ja. Das nächste Lied ist von Frank Chateau-Pi, das hab ich irgendwie mal bei Youtube gehört. Und ich widme das mal, ganz spontan, meinem Freund Matthias. Weil nur durch seine Hilfe konnte ich irgendwie das Lied auf Vitale spielen. Er hat die Akkorde abgehört. Ich hab leider noch nicht so ein gutes gehört hier. Frank Chateau-Pi, hier bin ich. Hier will ich, in einem Traum in deiner Welt, hast du Zeit, vorbeizukommen. Ich warte hier. Siehst du mir, im Gesicht, das zu dir schaut, hast du Luft mit mir zu sprechen. Ich warte hier. Ich warte auf Berührung. Ich warte hier. 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 Ich warte hier warte, Mann. Ich warte hier. mit mir. Siehst du mich? Heute in aller Welt. Hast du nur deinen Platz gefunden? Oder sonst du gar nicht mehr? Ich warte auf Berührung und zwangend ohne Mund. Überlasse mir die Führung und wir fließen mit dem Flach. Hier bin ich. Beim Spielen vergesse ich immer so ein bisschen die Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich noch habe, um zu spielen. Aber eins kann ich, glaube ich. Oder bitte bitte. Achmat Salamuni, so ein Gitarrist aus Brasilien, Bossa Nova, irgendwas so in der Richtung. Die habe ich vergessen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020